Und Neukirchenflühen, du bist so schön, du bist mein Heimatland, hier bleib ich stehen. Neukirchenflühen, du Perle am Niederrhein, im siebten Himmel kann es nicht viel schöner sein. So, hier war der Treffpunkt von den Klumpenballen in Flühen, jetzt drehen wir das mal wieder, habe ich schon lange nicht mehr gedreht. Und jetzt geht es los zu dem jetzigen Klumpenkönig, im gleichen Festzelt wird ein anderer König gewählt. Ja, jetzt geht es erstmal zum alten Klumpenkönig. Hallo! Hallo! Und der Schnaps ist umsonst, ne, wie immer, ne? Muss alles der Klumpenkönig sein? Danke! Guten Morgen! Und ihr macht das freiwillig, ja, ne? Ja, wir waren das freiwillig. Wie lange sind sie schon dabei? Ich? Oh, 40 Jahre. Oh, okay. Und Nachwuchs ist auch da, oder weniger? Also, meine Schwester hat für Nachwuchs gesorgt. Oh, das ist gut. Drei Jungs, ich denke, das ist gut. Okay. Der kleinste ist zwei, also, da kommt noch einiges. Und hier kommt man nur rein, wenn man Klumpen hat. Also, ohne Klumpen gibt es keinen Einlass. Ihr müsst nur noch Eintritt bezahlen, ist das für ein Zelt aber dann, ne? Zelt für das Zelt und für hier. Ah, für hier, okay. Hier muss man nichts bezahlen an Getränken und Essen. Ah, okay. Und dann, äh, können Sie ins Zelt reingehen mit Vorzeigen. Ja, und da wird der neue König gewählt, ne? Wird der neue König dann gewählt, aber, äh, das wird er so gegen 12 vor 30. Ah, okay. Die Wahl findet so statt, dass der Vorsitzende des Kloppenvereins, äh, oder Kloppenfreunde, muss ich natürlich sagen, der Vorsitzende bestimmt, wer der neue König wird. Und das ist dann die Wahl, die das Kloppenkomitee bestätigt. Okay. Das ist ein Geheimnis. Aber für alle ein Geheimnis. Wir können darauf wetten, abschließen. Das Lustige ist, wenn man gewinnt, bekommt man nichts. Wenn man verliert, muss man den Einsatz, den man selber sich setzen kann, bezahlen. Ja, ich hab vor 10 Jahren mal den Klumpenwald gedreht, da war das im Haus, da sind wir noch mal in den Bus gefahren. Ja. Ne? Da war ich auch dabei. War schön. Ja. Hab ich auch auf den Kumpen gedreht. Ja. In Köln, Köln. Ja, dann gucken wir mal weiter. Ja, vielen Dank. Wow! Das ist das Kontenplan, das heute abgewählt wird. Hallo, hallo! Ich bin persönlich als Begustier. Komm. Komm. Warte. Morgen. Bäume. Vorsicht. Jetzt nicht komme. Danke! Danke! Danke. Ja, hier ist auch noch mal ein Ex-Klompenkönig. Du auf TV hier, hallo. Wir haben ja, wann haben wir dich gedreht? Vor elf Jahren habe ich mal ein Klompenbein gedreht. Vor elf Jahren, zwölf auf dreizehn. Und da habe ich dich zufällig auf den Weg gedreht und dann bist du halt auch geworden. Genau, du hast anscheinend geahnt, wer Klompenkönig wird. Genau. Ja, und schon eine Ahnung, wer das neu wird. Wie immer, jeder glaubt, den Richtigen zu kennen, aber keiner kann es wissen, außer hervorsitzender. Ja, alles gut, dann gucken wir mal. Wunderbar, ich freue mich, wir trinken gleich noch ein Bier. Ja, alles klar. Tschö. Ja, und da ist eine Bekannte von mir, die Käthe. Hallöchen. Hallöchen. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Und dein Mann kommt nicht, der Didi? Ich komme später. Ah, alles klar. Und hast du Spaß? Ja, ne? Ja. Sieht man das nicht? Ja. Die Sonne scheint. Ja, jetzt geht es zum Festzelt mit dem alten König. Heute wird dann einen neuen König gewählt. Ja, die haben einen kurzen Weg, nur das ist nicht so weit jetzt. Am Museumsplatz. So, und jetzt geht's los mit Begleitung. So, Gossi, bist du dabei? Und? Und? Schon mal vorgeglüht? Nein, ich trinke ganz viel. Ah, okay. Bist du König heute, habe ich gehört. Ja, das ist nicht zu blöd für. Ja, okay. Ja, da kommen sie jetzt. Die Klumpenfreunde. Jetzt geht's hier im Festzelt rein. Die Klumpenfreunde. Die Kl tileer. Ja, ich trinke ganz schön. Die KlTrans greatly praktisch. Die Klinker. Ich bin der Sala, der sich in der Wundernstattel Und ich kann ja, der Kumpel ist, es ist ein Hauser. Weil ich jetzt eine Frau, die Frau kommt auf, dieится, dass wir nicht mehr haben, dann scheint der Ereinwand, denn die ist aber, wie sich die Hände ausküren, denn die Wundernstません? Und die schöne Trüger Mädchen wollen wir im Tanz und Spray. Und jedes Jahr, so soll es auch bleiben, werden wir uns wieder sehen. Und ihr habt das geschafft, dass wir heute wieder einen super Glockenball feiern können. Ich weiß, Peter, aber hier kommen die Tränen. Das ist ein schwerer Moment. Aber im Namen der Stadtneutlichen Flühen des Rates und der Verwaltung auch. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Jahr von euch beiden. Dankeschön. Ja, die Verabschiedern nehmen kein Ende. Ich bin eigentlich jedes Jahr auf den Plompenball gewesen. Und gerade bei eurer Einführung konnte ich aus Dienstwillen nicht dabei sein. Das hat mir sehr, sehr leid getan. Aber wir hatten so viele Möglichkeiten, uns im letzten Jahr zu treffen. Das haben alle schon erwähnt. Vielen, vielen Dank für euer Engagement. Und ich hoffe, ich kann euer Zuhause etwas verschönern. Das ist ein Zeichen, das ist im Jahr 2000 ins Leben gerufen worden, diese Nagel. Und zeichnen immer ehemalige Kommenkönige aus. Bitte bewahre diese und büte die wieder ein Auge ab, weil das ist ein Zeichen deiner Angstzeit. So, aber jetzt herrscht ich jetzt mit dir. So, aber jetzt herrscht ich jetzt mit dir. So, aber jetzt herrscht ich jetzt mit dir. Okay, lassen wir den König noch ein bisschen zittern. So, jetzt werde ich dich auf Besuche machen nach einem neuen König. So ist es der Braut, dass ein neuer Flüner so gut für dich wäre. So, jetzt herrscht ich mit dir. Ich denke, du warst ja schon. Was war denn mit dir? Da haben wir noch das Wolle. Und wie sind die Volkskarte alle so groß? Alles klar! Was? Der Zerführe von Neukesült, als Gottkönig. Aber reden wir doch mal. Wer da? Was ist mit dir? Wer ist mit dir? Wer ist mit dir? Wer ist mit dir? Wer ist mit dir? Ein Hier ne? Peter? Sehr genau. Multi snowfl jestem Wolf, Diesmal ganz. Da Back, Back, Back Aber hier sind schon die Neugierungen, ja? Alles toll! Wen haben wir denn noch? Ach, guck mal da! Nicht? Nicht? Ja, dann kommen wir noch weiter. Den haben wir jetzt kaputt, weil der Raffi da ist. Den haben wir denn hier noch. Du haben aber jetzt nicht so was nicht so! Ich habe hier einmal! Der Raffi! Der Raffi! Der Raffi! Der Raffi! Ich habe hier noch einen Schluck aus dem Torte. Ich hoffe dass ist schon ein Bier drin. Weil da kommt kein Wasser rein. Nein, kein Wasser. Wasser da gehst du. Das war's für heute. Nächster Wettbewerb! Ja, willkommen Freunde. Ja, dann üben wir aber noch ein bisschen. Bevor jetzt alle hier kommen und gratulieren möchten, möchte ich bitte einmal, dass wir Platz machen für den Königstanz. Gratulation hat dann gleich noch alle Zeit für. Jeder Dank. Bitte einmal, dass wir den Königstanz wünschen. Okay, seid ihr bereit? Ich bin jetzt hier, ich bin jetzt hier. Oh, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt hier. So lange her. Oh, bitte, bitte, warte, wie wir uns vergehen. Wenn wir die Kopf haben, schon längst alles drehen. Was so lange wir gehen. Komm, lass uns gehen. Wenn es uns schön ist. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß, wie wir uns... Bei zwei Metern. Und dann aber bei mir in Heli. Ein弟, der Fede. Herr милли, das Meter nimmt. Er hat mit ihm sondern geschlossen und hat es so lange toren. Müllա-Sagerfingen. Und dann無ftceğiz. An하하�k, das ist mit engen. Er hat jemanden�� 67%.